hallo freunde ich grüße euch ich bin es wieder der ganner ja heute machen wir ein talk weil ich finde das ist gerade in zeiten der invictus lounge spieg wo so viel von plätschen und und geld ausgeben gesprochen wird ich sage mit absicht nicht kaufen weil wir kaufen ja nicht wir spenden jetzt möchte ich euch aber mal zeigen was ihr überhaupt ingame schon für möglichkeiten habt ich glaube nämlich dass viele sich durch dieses ganze geplätsche auch abschrecken lassen deshalb geht das natürlich gerade an die neulinge im wörs die vielleicht gerade anfangen und ja freunde ihr habt mittlerweile viele möglichkeiten im wörs euch auch schiffe zu erarbeiten und das werde ich euch jetzt hier zeigen so und wir fangen direkt mal hier an diesem wunderschönen vintage rentals an wir befinden uns übrigens auf lawville ja der landezone von hurston und wir werden jetzt hier mal schauen was wir uns hier denn so mieten können und wie das läuft so wir gehen erstmal die schiffe durch wir haben hier ganz auf der linken seite die verschiedenen hersteller die es hier gibt und hier haben wir die verschiedenen schiffe also wir sind in der lage uns eine avenger titan zu holen zum beispiel mieten wir sprechen jetzt von mieten wenn gar worden ist dabei eine razer gibt es die m 50 ist dabei eine aurora es eine constellation andromeda eine origin 600i ein sambral cyclon eine mustang alpha eine anvil arrow und eine drake dragonfly ja so und jetzt sieht es so aus wir können hier noch einstellen wie viele tage wir denn dieses schiff oder in dem fall jetzt die dragonfly mieten wollen also ich sage jetzt mal wir wollen die für 30 tage haben dann steht hier was uns das schiff für 30 tage kostet 28.634 alpha uc nun sagen wir aber okay wir wollen die dragonfly lieber nur drei tage ausprobieren dann kostet sie 14.317 alpha uc ja und so habt ihr also vier möglichkeiten euch ein schiff mal für ein paar tage anzuschauen die kostet zum beispiel für einen tag einfach 5.454 alpha uc das ist okay für etwas wenn man es sich nur mal anschauen will wie es funktioniert wie es läuft wie es fliegt wie es fährt keine ahnung ja auf jeden fall haben wir in jeder landezone und jetzt lüge ich glaube ich also wir haben auf jeden fall in zwei in drei landezonen haben wir auf jeden fall diese rentals genau weiß ich es eben von lawville weil wir gerade dran stehen in area 18 gibt es eine und in new babbage im spaceport gibt es auch einmal diese rental monitore ja wir werden uns das heute alles anschauen wir fliegen von einem zum anderen ich mache zwischendurch kleine cuts einfach nur um euch zu zeigen was es wo wann gibt aber das mieten ist ja eine sache mittlerweile ist es aber so dass wir auch ingame schiffe uns kaufen können jetzt sage ich kaufen weil es genau das ist ja jetzt kommen die stimmen ja wir sind in einer elfer das verschwindet verschwindet alles wieder mit einem weib ja das kann passieren das ist einfach so aber ich kann euch sagen aus eigener erfahrung ich habe einen hangar voll mit ingame gekauften schiffen und die sind immer noch da ja seit lasst mich überlegen mindestens drei patchen ja also die persistenz wird immer besser deshalb lohnt es sich vielleicht sich einfach mal ein schiff auch ingame zu kaufen weil freunde warum soll ich echtes geld ausgeben für ein computerspiel wenn ich eben auch ingame mir die schiffe kaufen kann und dafür gibt es hier diese händler ja in dem fall sind wir auf lawville bei new deal und ihr seht hier schon vor der tür steht schon eine m50 da drüben stehen im außenbereich stehen auch ein paar schiffe unter anderem die hammerhead constellation phoenix und auch eine mustang ich bin mir nicht sicher alpha beta gamma irgendwas aus der nummer ja aber auch im innenbereich haben wir noch ein paar schiffe ausgestellt was aber bei weitem nicht alles ist was uns hier geboten wird ja und das werden wir uns jetzt einfach hier mal anschauen an dem monitor es ist derselbe monitor wie im prinzip auch bei den miet geschichten aber hier kaufen wir uns das schiff in game und auch hier gucken wir einmal durch wir haben auf der linken seite wieder die ganzen hersteller ja und auf der rechten seite haben wir hier die schiffe hier unten haben wir was das schiff kostet oder eben auch hier in diesem kleinen pitten und wir haben das bild des schiffes so wir fangen also in dem fall jetzt hier mit der mustang beta an die hier zum verkauf für schlanke 400 4000 alpha uc ist ich habe nicht gesagt dass ihr die dinger geschenkt bekommt ihr müsst dafür schon arbeiten ja und auch das ist etwas was ingame halt passiert es ist ja einfach so aber hier haben wir halt die möglichkeit noch ganz andere kaliber zu bekommen wie zum beispiel die eges hammer hat ja ein multi roll kampf schiff eine corvette seines zeichens für 12 millionen 459 900 ja wir haben die constellation phoenix die auch draußen steht genau wie die hammerhead übrigens wir haben eine mustang alpha das starter schiff könnt ihr euch hier in game holen eine avenger stalker das ist das bounty hunter die bounty hunter variante der titan der der avenger serie nicht titan serie der avenger serie dann haben wir hier die titan die transport variante die warlock das ist die emp variante dann gehen wir weiter zur eclipse auch die könnt ihr euch in game kaufen 3,49 millionen alpha uc natürlich müsst ihr dafür viele bounties machen viele viele transport aufträge machen und ja es kann auch schief gehen geld zu verdienen aber ihr habt die möglichkeit und genau darum geht es doch in einem spiel sich die sachen ingame zu erspielen ja wir gehen weiter von der eclipse dem stealth bomber zur gladius natürlich die darf nicht fehlen der kleine fighter dann haben wir aber auch das richtig dicke ding die reclaimer kann man sich in game hier holen für 15 millionen sie ist leider jetzt hier ein bisschen blöd dargestellt ein bisschen kaputt das gute stück da da kommt sie ein heavy heavy salvaging schiff und auch das erste capital class schiff dass es in star citizen gab wenn das falsch ist bitte in die kommentare reinschreiben dass es dass ich da ein etwas falsches gesagt habe dann haben wir natürlich den retiliator bomber ist ein schwerer kampfbomber böses biest die selber ein wahnsinnig beliebter kleiner fighter stark bewaffnet auch den könnt ihr euch in game kaufen den cyclon a a ground support steht da drunter das ist der cyclon der mit luft luft raketen bewaffnet ist und für die bodenverteidigung also für die luft verteidigung vom boden aus verantwortlich ist als nächstes haben wir die vanguard warden der schwere fighter der vanguard serie aber auch die hoplite könnt ihr euch hier holen mensch freunde das dropship und wir gehen weiter zur freelancer serie die standard freelancer gibt es wir haben die freelancer duo die expo exploration version die max ist mit am start mit ihrem wahnsinnigen großen laderaum mit 120 scus in ihrer größenklasse das einzige schiff was so viel transportieren kann ein wahnsinns ding und natürlich auch die miss ihr könnt euch die miss in game holen freunde 2,5 37 800 kostet das gute stück und dann habt ihr eine miss ja und wir gehen weiter die razer gibt es natürlich das ist die standard variante dann haben wir die razer x die stealth fighter variante die ich ja in meinen anderen videos auch schon als er als scout bezeichnet habe als als kampfschiff ja und wir haben den racer hier nochmal die special edition die ich nenne sie die micro tech edition kommt im schönen weiß daher soll die luxus variante sein viel luxus hat sie nicht das kann ich euch sagen aber sie sieht schick aus und es ist wahnsinnig schnell dann kommen wir zur reliant core das ist der kleine frachter der reliant serie bestechend durch die schwenkflügel mechanik oder drehflügel mechanik ist hat kommt ein bisschen mit ein bisschen fracht kapazität daher wer so ein bisschen extravagantes haben möchte der ist bei dem schiff für 744 1700 alpha uc dabei ist doch eine tolle sache dann haben wir natürlich die star ferrer und auch die star ferrer gemini ja die betankungsschiffe ja 296 scus laber ladekapazität hat das gute stück und die gemini kommt auch noch mit einem fetten raketen pot daher die normale star ferrer hat eben keine raketen vorne in der nase ein fliegt sich wie eine gummikuh muss man ganz einfach sagen aber auch dieses schiff kann man sich in game erspielen ja die aurora serie aurora es das ist der starter das einfachste der einfachen für 124.000 wer so ein kleines schiffchen haben möchte als daily flyer oder sowas dann haben wir die mr die kommt mit ein bisschen mehr bewaffnung daher dann haben wir als nächstes die constellation andromeda ja multi roll gunship würde ich sagen hat ein bisschen fracht 96 scus könnt ihr transportieren aber auch die könnt ihr euch in game erspielen genauso wie die aquila serie übrigens ja auch die exploration variante könnt ihr euch hier in game besorgen ja und so geht es weiter mit dem cyclone standard dem usa rover auch der ist beliebt und bekannt ja auch den könnt ihr euch hier holen dann den racer von der tumbrel cyclone serie in einem schicken rot kommt er daher auch den könnt ihr euch holen hier haben wir die scanner variante ist leider auch nicht ganz vollständig geladen das bild aber das ist die version mit dem riesigen scanner hier oben drin und ich glaube emp hat er auch mit dabei dann haben wir noch die tr variante das ist die mit dem mit dem mount hier oben drin wo eine get link drauf montiert ist wir haben eine ballista liebe freunde das schwer gepanzerte und bewaffnete boden ne luft abwehr oder raketen lafetten ich weiß nicht wie ich es benennen soll aber auch die könnt ihr euch in game holen vielleicht gerade heute auch mal interessant leute in will heute ja auf der invictus lounge wie heute abend wechselt der hersteller wieder ich werde dieses video noch heute hochladen und vor dem wechsel einfach nur leute ihr könnt euch dieses schiff auch in oder dieses fahrzeug auch in game holen ihr müsst nicht echtes geld ausgeben wichtig so dann haben wir hier die x 85 die x 85 von origin auch die könnt ihr euch in game holen die aurora lx die luxus variante zwinker zwinker ja kommt in einem anderen style daher so ein bisschen mit rot und weiß und so und sollen einen tollen sitz drin haben und ja sind wir mal ehrlich so ein schiff luxus passt nicht origin m50 der racer von origin ein böses biest schnell fies und gemein dann haben wir natürlich auch für das arbeitende volk hier die prospektor könnt ihr euch hier holen ihr könnt die mining köpfe ändern und so weiter das heißt nicht dass das alles reibungslos funktioniert freunde ja ganz wichtig wir befinden uns in dieser alpha version und hier kann immer mal was schief geht aber ihr könnt euch dieses schiff zum arbeiten in game holen als nächstes haben wir die war habinger die vengard habinger das ist die bomber variante der vengard serie und wir haben auch die sentinel hier die warfare variante auch dieses schiff könnt ihr euch in game hier besorgen wir haben sogar mittlerweile die mantis hier drin die ihr euch holen könnt ihr könnt euch die mole in game holen freunde ja drei freunde das schiff zusammengeschmissen ihr könnt das geld hin und her schicken holt euch eine bam fertig selbst die 890 jump leute für 32 millionen 294 1500 habt ihr eine origin 890 jump ja wir haben von der reliant serie natürlich auch die marco am start das ist der news van so nennen wir ihn mal wir haben die reliant zen das ist der ja explorer ist falsch aber es ist zumindest ausgestattet mit mikroskopen analyse geräten und so weiter und man kann so kleine geschichten halt damit machen die tana ist mit dabei auch die könnt ihr euch in game holen ihr müsst dafür kein geld mehr ausgeben für diesen fighter wir haben den gray cat rock am start der single seater mining laser abbau fuzzi fahrzeug auch dahin könnt ihr euch in game holen und auch die relativ neue hunderter serie ist hier mit am start freunde ja sogar die 125er die das ist die fighter light fighter variante ist mit da ihr könnt die argos mp uv und auch den argo mp uv personal könnt ihr euch hier in game holen man erkennt jetzt leider nicht da doch kommt das bild ihr habt ja bestimmt auf der messe gesehen auch diese zwei dinge könnt ihr euch in game kaufen ja wir haben und jetzt kommen wir zu etwas besonderem die drake backen hier und das sind die schiffe die bis jetzt immer auf der landezone in lefsky zu kaufen waren diese schiffe gibt es nun hier im new deal auf hörsten und dazu gehört zum einen die drake backen hier liebevoll auch glaskanone genannt ich mag das schiff optisch aber es ist halt nicht besonders stabil dann die caterpillar der transporter der transporter vor der herkules c2 der transporter kann man so sagen ähm ist auch auf new in new deal angekommen und gelandet und es geht weiter wir haben die cutlass black natürlich am start die cutlass blue könnt ihr euch hier holen und auch eine cutlass red im moment noch mit spawn bett ja muss man ganz klar sagen nicht zu vernachlässigen auch hier haben wir noch die drake dragonfly und die drake harold mit am start sitgos lieblingsschiff ihr wisst es ja ähm ich nenne es einfach nur das fliegende triebwerk das ding ist der burner so aber wir haben auch hier noch die andere variante der rsi aurora die cl abkürzung für clipper das ist die ja cargo variante die hat etwas mehr ladekapazität als alle anderen geschichten und natürlich die ln die legionär das ist die fighter variante ähm habe ich mir sagen lassen haben schon leute den wendul swarm mit besiegt liebe freunde ja dann haben wir noch die freunde achtung die mercury star runner bekommt ihr hier auf lorville für alle die das schiff vielleicht vorher erst mal gucken sich angucken wollen bevor sie echtes geld ausgeben ähm könnt ihr euch das hier erarbeiten 4,9 millionen plus ein bisschen kleingeld äh eine geile sache ja muss man einfach mal so sagen und auch die nomad hat es hier her verschlagen ein leichter transporter der pick up unter den transportschiffen würde ich sagen ähm kommt mit einem schönen interieur daher für 952 800 1000 alpha uc gehört er euch ja liebe freunde und äh das war es hier jetzt im new deal aber wir sind natürlich noch nicht am ende liebe leute ich melde mich gleich aus ähm area 18 wieder und dann geht es weiter bis gleich hey freunde da sind wir wieder ja so ähm wir sind jetzt übrigens gerade auf area 18 gelandet und wie ihr hier seht neben mir gibt es auch hier einen rental monitor direkt gleich dort wo ihr auch eure schiffe ruft haben wir diese variante und wir schauen mal rein ob es hier neue rungen oder andere schiffe gibt als in lorville das erste was wir sehen ist die arrow die arrow kriegst du auch in lorville den cyclon kriegst du auch in lorville die es bekommst du auch in lorville die 300er serie bekommst du übrigens nicht in lorville ist also hier ein exklusives schiff ähm sehr cool macht spaß tolles interieur lohnt sich die mustang alpha die bekommen wir auch in lorville dann haben wir die mustang gamma die bekommen wir nicht in lorville der racer der consolidated äh outland mustang serie äh kommt hier her in so einer schicken äh racing lackierung sag ich mal sehr cool und wir haben die apoa nox auch die ist exklusiv hier auf area 18 und was haben wir sonst noch die dragonfly die bekommen wir auch in lorville die titan bekommen wir auch in lorville ja ähm die andromeda bekommen wir auch in lorville und das war es schon mit den leihschiffen aber ihr seht auch hier gibt es ein paar schiffe die exklusiv sind für die landezone die apoa nox oder die 300er serie von origin sehr schön und toll ja ich renne jetzt hier ein bisschen durch ich hoffe ihr verzeiht mir das aber wir wollen ja dann noch zur dritten momentanen landezone nach new babbage new babbage hat soweit ich weiß keine mhm kein laden wo schiffe verkauft werden kein ship shop aber sie haben zumindest rentals und da werden wir dann als letztes hinschauen entschuldigung was ist denn hier los was soll denn das so frisch da kommt unsere bahn hüpfen wir rein und dann geht es auf zu astro armada dann wollen wir mal gucken was es da so gibt stadtplanet ja leute wie gesagt was mir halt wichtig ist ist einfach auch mal zu zeigen was wir ingame schon möglichkeiten für möglichkeiten haben ja wir haben invictus lounge week ja cig möchte wieder ganz viele spenden sammeln mit neuen konzepten und was es so alles gibt aber freunde auch ingame ist halt eine eine vielzahl an möglichkeiten um an schiffe zu kommen gegeben und die müssen halt einfach auch mal gesagt werden und selbst wenn ihr nach dem nächsten patch sagt okay mein schiff ist weg ja dann ist das so ja dann erarbeitet ihr euch das eben wieder ja aber ihr könnt zum beispiel einfach auch mal die flug eigenschaften ausprobieren und es testen ja wenn ich dafür gespendet habe natürlich dann ist es meins aber ich ja ich sitze auf dem schiff ist halt auch falsch gesagt ihr könnt es ja wieder einschmelzen lassen ich hoffe ihr versteht zumindest ansatzweise was ich meine letztendlich geht es hier darum dass man später sich eh alles ingame erarbeiten kann oder sogar muss willkommen auf äh am acroplaza so heißt es wir hechten hier mal schnell durch ich weiß wir sollen nicht laufen aber ähm es gibt ja noch mehr zu sehen so wir wollen jetzt zu astro armada und astro armada da kommt ihr wenn ihr hier auf dem plaza seid am besten äh hier lang so ihr lauft hier die treppe runter und jetzt muss ich kurz überlegen damit ich euch nichts falsches erzähle ich glaube wir gehen mal hier lang so zack und da ist astro armada auch schon ausgeschildert vor uns da laufen wir drauf zu schaut es euch an äh mir ist dieses hologramm dort oben noch nie aufgefallen muss ich sagen finde ich gerade ziemlich aufregend und ihr seht schon äh hier gibt es die hochpreisigen Schiffe das war auf jeden Fall gerade eine Sabre interessant so wir gehen auf jeden Fall mal hier rein in diesen Laden er ist etwas ja wie soll ich sagen ähm nobler ja für das etwas betuchtere äh Klientel ihr seht schon hier oben mit Galerie und ne wir haben hier eine Hawk unten drinstehen ja gehen wir jetzt mal als erstes hin ähm und wir schauen mal was es dann hier so gibt wir haben hier auf jeden Fall auch wieder Monitore vier Stück an der Zahl wesentlich besser ausgestattet als bei New Deal auf Lowell wo es nur einer ist wir haben hier in der Mitte auf dem auf dem ja Podest haben wir eine Anvil Hawk stehen die auch heute Abend dann äh auf der Invictus Lounge Week zu sehen sein wird eine ein Bounty Hunter Schiff seines Zeichens hinten in diesem äh in diesem Zylinder haben wir einen einen Gefangenen Sitz drin wo der Bounty Hunter seine Gefangenen drin transportieren kann so nichtsdestotrotz wir gehen hier mal rein und schauen mal durch was wir uns denn hier auf A-Corp für Schiffe kaufen können selbes Prinzip wir haben wieder die ganzen Hersteller und hier haben wir die Schiffe und die Preise wie schon gesagt die Anvil Hawk ja für mich sieht dieses Schiff immer aus wie ein Dinosaurier und zwar ein lass mich überlegen wie heißt der Flugsaurier mit dem langen Kamm nach hinten Terranodon 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 glaube ich ist das finde ich hat sehr viel Ähnlichkeit damit so hier haben wir dann auch die 300er Serie das ist die Standard Variante die 300i dann haben wir den Pathfinder der kommt mit einem Traktor Strahl hier vorne unter der Nase und einem erhöhten Ladekapazität für Kraftstoff er hat also viel mehr Sprit an Bord die Exploration Variante sehr cool ausgestattet dann die 325 das ist die Fighter Variante die hat unter der Nase eine fette Kanone die jetzt hier gerade nicht zu sehen ist ist es für mich nicht ist für mich kein Fighter aber das ist Ansicht Sache und für knapp eine Million Alpha UC ist das euer Schiff bei der 300er Serie gibt es jetzt noch eine Besonderheit wenn ihr die plätscht dann könnt ihr ja die sogenannte Cost Customize ihr könnt sie euren Ansprüchen entsprechend ausstatten das geht von Waffenpaketen über verschiedene Arten von Interieuren Kaffeemaschinen Wecker Bilderrahmen und so weiter und so weiter was dann natürlich auch alles extra Geld kostet das könnt ihr natürlich mit den ingame gekauften Sachen nicht machen ja so aber wir gehen mal weiter auch hier haben wir die Arrow auch die Arrow können wir hier kaufen wir haben die M50 wieder mit dabei jetzt haben wir hier den Gladiator Bomber den gab es auf Lowell nicht liebe Freunde sehr interessantes Schiff lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen dann haben wir hier die Hornet Serie von der Super Hornet über die Radar Variante die Tracker Variante den Stealth Fighter die Ghost die im schicken Schwarz daherkommt dann geht es weiter zur Hurricane zwei Mann Medium Fighter ja einer sitzt vorne im Cockpit der andere hat hier hinten Platz zu nehmen in diesem fetten Riesenturm auch die könnt ihr euch ingame kaufen die Terrapin könnt ihr euch ingame kaufen die sogenannte Schildkröte schwer gepanzertes Informationsbeschaffungs und Scanning Schiff Wahnsinn dieses Ding wirklich richtig krass ja die Valkyrie ja das Dropship der Dropships sozusagen für mich zumindest ganz klar auf Planetenoberflächen ist der Einsatzbereich dieses Dropships egal ob ihr Fahrzeuge transportieren wollt oder Marines oder sogar mit transportieren auch SCUs hat sie glaube ich um die 40 wenn ich mich nicht ganz irre nagelt mich bitte nicht drauf fest aber ein sehr spannendes Schiff ganz klar für den planetennahen Einsatz gedacht so die Mustang Delta der Kämpfer von Consolidated Outland die Mustang Variante in ihrer Kämpfer Variante leider auch hier nicht jetzt so schön abgebildet eigentlich hat die das das typische dunkelgrün oder olivgrün sagen wir mal ist jetzt hier leider nicht so gut zu sehen dann haben wir die Gamma die Racing Variante die wir ja gerade auch schon mieten konnten haben wir hier eben auch nochmal zum Kauf wir haben die P52 Kruger das ist der Snapfighter der unter der Andromeda zum Beispiel hängt oder unter der jetzt muss ich überlegen Aquila hängt der auch drunter unter der Phoenix hängt eine P72 Archimedes das ist das Schwesterschiff sozusagen dann haben wir hier auch ganz spannend den Racer der 300er Serie eine 350R auch die könnt ihr euch hier zulegen dann haben wir hier die 600er Serie das Luxus der Luxus der kleine Luxus Liner muss man sagen ein sehr spannendes Schiff ein interessantes Design muss ich mich immer noch dran gewöhnen ich habe ja auch eine aber auch die könnt ihr euch ingame hier holen ja Apoanox ja der Alien Hoverbike Gleiter ich weiß nicht wie ich es sonst nennen soll auf jeden Fall auch das könnt ihr euch hier holen dann haben wir die Apoa Kartual das Alien Schiff das manövriertechnisch glaube ich seinesgleichen sucht durch diese beweglichen Triebwerke ringsrum und also ein an Agilität glaube ich nicht zu übertreffender Schiff leider auch ein leichtes Ziel ja aber sehr schick sehr schicke extravagant sagen wir mal dann haben wir hier die Ballista mal wieder auch diese diese Schiff könnt ihr euch hier kaufen Schiff sage ich schon das Fahrzeug könnt ihr euch hier kaufen ähm Luft Boden Luftabwehr äh sehr spannend Size 5 Torpedos mit drauf und so weiter böse nun kommen wir zu einem Schmankerl liebe Freunde die Carrack ja auch die Carrack könnt ihr euch hier ingame kaufen ja eins der beliebtesten Schiffe im Wörs möchte ich äh mutig behaupten auch dieses Schiff könnt ihr euch hier ingame erarbeiten 26 Millionen oder sagen wir 27 Millionen aufgerundet gehört sie euch die Banu Defender ist mit am Start das Alien Schiff der Banu der kleine Fighter sehr schick unglaublich stylisch finde ich Geschmack Sache natürlich aber auch dieses Schiff könnt ihr euch hier für 2,7 Millionen ingame kaufen dann haben wir noch die Origin Touring Variante die 600 600i Touring die ist ausgestattet mit jeder Menge Luxus im Inneren ist für den Transport ähnlich wie die 890 ist halt ein VIP Transporter um möglichst luxuriös durch die Systeme zu reisen dann haben wir die Asperia Prowler das Dropship der Asperia Reihe der Asperia Reihe ja ist für mich definitiv ein Schiff was in den Raum gehört das ist für mich aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Art wie wie auch die Leute abgesetzt werden können ganz klar im Raum Übernahme von anderen Schiffen und so zu sehen wenn ihr der andere Meinung seid haut gerne raus ist für mich aber nicht in Bodennähe zu einzusetzen oder nicht so gut einzusetzen sagen wir mal dann haben wir die Pisces ein kleiner schicker also wirklich als das raus kam das Schiff da hatte ich mich direkt drin verliebt ich finde dieses Ding so toll es ist ein kleines Shuttle erinnert stark an die Star Trek Shuttles finde ich ja ist in dieser Fall die Expedition Variante das bedeutet sie kommt mit 4x Size 1 Waffen daher während die normale Variante nur 2x Size 1 hat aber das ist ein schickes kleines Shuttle um mal schnell irgendwo hin zu hopsen sehr geil dann haben wir die 100er Serie hier mit da drin hier gibt es die 100i die Standard Variante und wir haben hier die 135c das ist die Cargo Variante hier steht jetzt Exploration würde ich jetzt so nicht unterschreiben aber lassen wir mal dahingestellt sein dann haben wir die f7c hier ja anvil hornet f7c der medium fighter wenn das schiff mal wieder richtig funktioniert ist das eine macht im worse auf jeden fall nicht zu unterschätzen dann haben wir den kleinen süßen grey cat buggy ihr kennt das golf kart alle ja mega cool die Nummer klein schnell kaputt zu machen aber wie gesagt schaut es euch einfach an für 5000 alpha uc gehört er euch dann haben wir noch die asperia blade liebe freunde ich weiß gar nicht wie lange es dieses schiff hier schon zu kaufen gibt ingame aber ich kann euch sagen dass es außerhalb es sehr selten zu kaufen also zu plätschen gibt sagen wir es mal so hier könnt ihr euch für 3,37 Millionen eine blade ingame zulegen fighter ein vendul fighter gefällt mir gut ja und dann die neuen schiffe die flight ready reingekommen sind die talon varianten einmal die standard talon variante und einmal der raketen bestückte ableger die shrike sehr cool hat auch ein sehr eigenwilliges design raubvogel ganz klar anzusehen man erkennt auch die ähnlichkeit zur prowler muss man sagen finde ich sehr cool hat was ja und damit sind wir auf area 18 auch durch und wie ihr seht die auswahl an ingame schiffen ist unglaublich groß ja es wird immer schiffe geben die es nicht ingame gibt ja denke ich mir auch das wird in zukunft so bleiben erst mal zumindest noch aber wir werden mal sehen was die zukunft noch so bringt ja auf jeden fall wird dieses das repertoire an schiffen hier auch immer weiter ausgebaut wie ihr seht es sind die shrikes die talons sind drin die prowler ist drin alles schiffe die noch nicht so lange jetzt im worst sind sind auch direkt ingame verfügbar finde ich eine tolle sache da muss es hingehen liebe Freunde so und damit melde ich mich jetzt erstmal ab und wir hören uns gleich auf new babbage wieder so liebe Freunde da sind wir wieder und wir sind auf new babbage ja hier sieht es jetzt so aus hier gibt es bis jetzt nur einen hinter mir seht das schon einen rental luxury rental da werden wir mal reinschauen ob es hier irgendwas besonderes luxuriöses gibt wollen mal schauen so schönen guten tag die damen und die herren hier haben wir die monitore zwei stück an der zahl und wir schauen mal ja willkommen rein so was haben wir denn hier nochmal erklären muss ich es ja nicht wir haben wieder auf der linken seite die hersteller wir haben eine warlock eine avenger warlock das ist die emp variante die hat hinten im hintern sozusagen hat die einen fetten emp dann haben wir die 85 x von origin die können wir hier leihen dann haben wir auch wieder die m50 die 300er serie dann haben wir die 600i die wir hier leihen können auch das hatten wir schon mal die aurora ln die legionär zum ausprobieren auf jeden fall eine geile sache und und dann haben wir eine constellation andromeda auch die haben wir schon ein paar mal gehabt und das ist neu hier können wir uns eine phoenix das ist die multi roll luxus variante mit der p72 unterm hintern sozusagen lion das ist die vip transport variante sagen wir auch die hatten wir schon und damit sind wir hier auch schon durch liebe freunde also was ist das fazit das fazit ist ganz klar wir haben viele möglichkeiten bereits ingame uns mit schiffen und mit ganz viel spaß zu versorgen ich finde es ganz wichtig mal zu sagen dass wir eben nicht nur plätschen müssen auch wenn das für CAG wahrscheinlich das tollste ist was es geht nein wir können auch ingame uns schiffe erarbeiten das ist das wo es später hingehen wird wir werden sowieso später darauf aus sein uns mit handel piraterie mit bounty hunting mit den berufen die alle noch so dazu kommen werden wir uns unser geld verdienen und damit uns auch die möglichkeit erschaffen schiffe zu kaufen im spiel und darauf freue ich mich wahnsinnig ja liebe freunde das soll es von dieser seite auf jeden fall erst mal gewesen sein jetzt kommt noch eine kurze ankündigung und zwar ich freue mich wie schnitze am samstag bin ich ab 19 uhr beim oder zwischen 18 und 19 uhr beim lieben fexi in seinem stream zum creator talk eingeladen ich freue mich da wahnsinnig drauf ich bin noch nicht alleine der sitko wird noch mit da sein und ich glaube der karolinger ist auch mit da und fexi natürlich ist ja klar und das wird voll spannend und danach geht's noch weiter denn auch ich habe eine einladung der crash academy vom liebe vom lieben sauer bekommen und darf mit bei der bad taste party dabei sein ich bin ganz unberegett ja das wird voll cool ich freue mich da wahnsinnig drauf so viele content creator deutsche content creator unter einem dach zu haben ich glaube das gab's noch nicht seitdem es das worst gibt sowas gab es noch niemals ich freue mich auf jeden fall wahnsinnig dolle also samstag der 29.05 2951 erst bei fexi reinschauen und dann gehen wir gemeinsam rüber zur bad taste party der crash academy und das wird ein mega spaß viele viele gäste bei der bad taste party dabei vom astro sam über karolinger von sitko und fexi und ganz vielen anderen content creator aus der deutschen community szene aus der deutschen content creator szene so muss man das eigentlich sagen sind mit dabei es wird ein mega event also schaut auf jeden fall rein beim fexi und danach auf jeden fall auch auf dem kanal der crash academy ja wir anderen content creator haben sogar die erlaubnis auch aufnahmen zu machen also werden auch garantiert aufnahmen von den anderen content creators im nachhinein kommen oder sie werden live mit stream gott wird das aufregend ja also ich wünsche euch einen schönen tag noch liebe freunde das video wird jetzt auch direkt live gehen damit die leute nicht immer alle nur denken sie müssen geld ausgeben also habt spaß auch im worse mit den ingame möglichkeiten und der gunner sagt over and out liebe freunde macht's gut und schüssi